Shit, was geht? Heute machen wir eine weitere Folge Pack Opening. Bevor wir das machen, ich hab natürlich wieder einen Special-Trikot an, ihr kennt mich. Manchester United und das mit Eric Cantona, der französischen Legende von damals. Ihr kennt ihn alle, er hat diesen Kick gemacht, ne, gegen diesen Zuschauer. Da hat eben einen Zuschauer, den beleidigt, der springt einfach über die Bande und tritt dem voll ins Gesicht. Verrückter Typ, du. Das könnte einfach das schlechteste Pack Opening auf diesem Kanal werden. Ich bin gespannt, ich hab Elite 1 erreicht und 36 Siegen in der Wicket League, aber es gibt leider nur die Top-Informs aus Oktober zu ziehen, also... Es könnte Ronaldo sein, aber ich hab bei anderen Leuten gesehen, die Top-100 hatten, das ist der beste 84er. Also es kann alles dabei sein, es kann alles passieren. Sollen wir mal die 100k-Packs aufmachen? Zack. Erstes 100k-Pack. Wir haben ein Walkout. Alter, Lava, kein Scheiß. Wer wäre ein Walkout? Damn. Hätte ich gar nicht mitgerechnet, weil da hatte ich bisher nichts drin. Hier, ist das, ist das Alexis? Petre. Hallo, Petre. Guter Walkout auf jeden Fall. Dann machen wir das nächste 100k-Pack auf. Zack. Auf geht's, haben wir wieder ein Walkout. Nein, natürlich nicht. Natürlich nicht, aber wenn wir einen In-Form. Oha. Was ziehen wir denn hier? Voll die komischen Karten, wenn Martin ist. Na gut. Und das nächste 100k-Pack. Wir machen gar keine Pause. Auf geht's. Auf geht's. Auf geht's. Wieder kein Walkout. Und diesmal auch kein In-Form. Sondern wir haben Kabachal. Kommen wir zu den etwas interessanteren Packs. Elite Best-of-Oktober-Set. Drei Stück. Also zweimal drei. Also haben wir insgesamt sechs. Ich bin gut in Mathe. Elite Oktober. Best-of-Oktober-Set. Zack. Was haben wir? Kein Walkout auf jeden Fall. ZDM. Das ist ein Sonsi. Steven in Sonsi. 85er. Und der Rest ist auf jeden Fall abstoßbar. Nächstes Set. Auf geht's. Elite Best-of-Oktober-Set. Zack. Wen haben wir? Also wir haben wieder kein Walkout. Aber wir haben... Chicharito. Und dazu Milik und Donnarumma. So-so. Gut, Freunde. Das war's von diesem Pack-Opening. Wenn euch diese Folge gefallen hat, lasst einen Like da. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. In diesem Sinne. Ronaldinho, danke dir, ja? Danke dir. Ronaldinho, ey. Wenn du das Video siehst, Ronaldinho... Wer ist noch drin?